Alli, hallo, hier ist der Guzor wieder. Wir haben Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt meinen Vlog gesehen. Und dann gehen wir mal los. Ich habe meine Base-Umstellung, stimmt, ja, Base-Umstellung exklusiv. Weil ich mir dann auch dachte, naja, komm, jetzt kannst du doch mal was Neues bringen. Und ja, wie stellt sich das zusammen? Also Hauptaugenmerk ist natürlich auf dem Dunklen, weil ich halt eben die Helden jetzt hochziehen möchte. Und momentan sieht es ja so aus, als würde meine Rechnung zumindest momentan halt noch aufgehen. Das heißt, mein Ziel war ja immer mindestens einen Helden schlafen zu haben. Klar, ich würde natürlich lieber mit denen angreifen, aber wisst ihr selber, ohne Schlaf werden sie nicht größer. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und das klappt natürlich jetzt noch. Ich meine, der King wäre jetzt, glaube ich, dann 80.000. Ich gucke gleich nochmal rein. Und die Queen ist, glaube ich, dann irgendwas 90.000, glaube ich. Ich gucke mal gerade rein gleich. Und dann sehen wir weiter. Also das ist jetzt noch kein Thema. Das kann ich locker in der einen Woche ohne Probleme erfahren. So, jetzt sind wir bei 75.000 und ich glaube, die hat, glaube ich, 85.000 gekostet, wenn ich nicht ganz falsch liege. Das ist okay. Ja, wie gesagt, Base-Aufstellung, genau. Mir ging es ums dunkle Elixier. Ich dachte mir, ach komm, jetzt nimmst du mal die X-Bose auch wieder mittig. Ganz normal Tesla ist auch schön drin. Dann kam gestern gleich die Aussage, naja, aber stell die Dinger doch nicht direkt nebeneinander, weil wenn die Bohrer auch voll sind, kann es gut geblitzt werden. Das ist gar kein schlechter Einwand. Aber ich kann dagegen wirken, weil ich habe ja so ein bisschen nicht eine Poke-Base, würde ich mal tippen. Somit habe ich ja so ein bisschen was mit Farmen zu tun. Und ich farme auch gerade mir die Helden hoch. Ja, stimmt, ich habe eine Farm-Base. Somit ist natürlich der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte immer klar, diese 12-Stunden-Schild zu bekommen. Und nachdem ich angegriffen habe, kurz danach werde ich auch wieder angegriffen. Und demnach sind natürlich dann die Sammler bzw. die Bohrer nicht voll. Deswegen ist das so. Und ich werde auch wieder alle 12 Stunden angreifen. Von daher sehe ich da absolut gar kein Problem. Das ist total easy. So, jetzt habe ich mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich wieder dagegen entschieden mit den Heilzaubern. Ich meine, klar, die Heilzauber sind mega geil. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ist trotzdem nicht so der Knüller. Weil nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen habe mit wirklich 3 KD-LX, dann probiere ich es lieber erstmal in die Base zu kommen. Und wenn ich es dann wirklich nicht hinkriege, dann kann ich immer noch blitzen. Ah, 1-3 ist schon ganz in Ordnung. Muss ich jetzt mal so sagen. Ah, ja, okay. Na gut, dass ich nicht zu viel gespammt habe. So, jetzt schicken wir da mal einen Riese vor. Mal gucken, ob der hier irgendwie aufs Maul kriegt. So, jetzt gucken wir mal. Zack, zack. Zwei Mauerbrecher hin. Und dann, denke ich mal, sind die nächsten Riesen auch schon wieder bereit für den Einsatz. Ready to use. Und dann sehen wir weiter. Weil Fakt ist, ich will ja in diese Richtung. Mal gucken. Nee. Ah, okay. CB kommt erstmal. Auch chillig. Denke ich, sollte nicht so das Problem sein. Und jetzt will ich irgendwie in diese Richtung rein. Genau. Noch ein paar Riesen als Verstärkung. Und der King sollte, genau, der sollte reingehen. Wie gesagt, wenn die umliegenden Gebäude platt sind, geht das ja eigentlich auch. Nee, da will ich eigentlich nicht hin. Und ich will jetzt dafür eigentlich nicht die Mauerbrecher wasten. Ganz genau. So. King muss noch nicht geraged werden. Das ist voll easy. Ja, okay. Ich glaube, dann muss ich die Kobolde gar nicht hinschicken. Dann läuft das Ding so. Also ich meine, dann hole ich das letzte bisschen hier mit dem King. Das wäre natürlich die Frage, die... Doch. Also ein bisschen Goldene... Goldenes? Ein bisschen Gold hätte ich auch noch gerne. Und wenn ich gerade sehe, dass das doch noch so in Anführungsstrichen viel ist, dann kann man sich das ja schon gönnen. Denn dafür habe ich natürlich dann den King zu früh geraged. Ganz klar. Weil ich da jetzt noch nicht so ganz dran gedacht habe, ich könnte ja noch weiter reingehen. Ich dachte, das wäre es dann. Und da wollte ich den dann einfach wieder hochheilen. Aber 1-3 passt. Ist für den Angriff vollkommen in Ordnung. Keine Spells verwendet. Ganz, ganz wichtig. Und dann ist das Chico. Wir sind jetzt hier auch wieder bei fast 3 Mille. Aber ich stecke die jetzt ausnahmsweise nicht in die Mauer. Weil mir ist aufgefallen, ich habe noch meine Spells. Und zwar habe ich noch die beiden. Also sprich, ich könnte jetzt den Jump machen. Ich mache aber nicht den Jump. Sondern ich würde erst den Heal machen. Ich gucke mal gerade, wie die Zeit ist. Ja, ist total Banane. Ich würde erst den Heal machen mit 4,8 Mille. Und dann danach den Jump. So. Aber, dass ich halt... Seht ihr selber. Sobald man dann über 3 Mille ist von einer Sache, dann wird man dann doch schon mal von Besseren angegriffen. Will ich gar nicht erst dazu kommen lassen. Deswegen sage ich mir einfach, gut, okay. Heureka, wir haben es ja. Zack, zack. Und erst mal wieder ein bisschen was Gold verballert. Und schon bin ich, denke ich mal, wieder uninteressant. Ich meine, mit meinen 17k Dunklem ist das ja jetzt eh nicht so der Hit. Aber ihr wisst selber, wie es ausschaut. So. Jetzt aber noch eine andere Sache, die mich wirklich interessiert. Die mich brennend interessiert. Es wird dazu aber... Nee, dazu wird es noch ein extra Video geben. Und zwar ist einfach die Sache, ich kann ja schon mal eine Vorankündigung machen. Und zwar geht es darum, dass ich wirklich selber nochmal gucken will. Ich werde das Format dann irgendwie stimmt oder sowas nennen. Ich will das auch einfach mal ausprobieren. Wenn man sich jetzt zum Beispiel hier einen Bogey nimmt zum Beispiel. Dann sehen wir ja gleich, kleinen Moment. Wir haben hier die Kaserne. So, zack. Wo bilden wir, da bilden wir gerade die Bogeys aus. So, dann sagen wir mal einfach hier rauf. Zack. So, wir haben Schaden pro Sekunde 22. Und das möchte ich wirklich mal genau prüfen, ob das wirklich so stimmt. Also sprich, ich suche mir dann einen mit Townhold draußen. Stoppt dann die Zeit. So und so lange dauert es. Dass man dann nämlich eventuell so eine Hilfe hat. Weil ihr sagt zum Beispiel, wir sind jetzt beim Angriff oder sowas. Und haben, ich sage jetzt mal Zeit, noch eine Minute. Ich habe noch fünf Bogeys. Kriege ich denn da das Townhold platt? Dann würde ich natürlich mit einem, ich sage jetzt mal mit einem Gegner. Was weiß ich, wenn ich jetzt Townhold 9 auch angreife. Würde ich dann halt eben gucken. Gut, okay. Der hat halt Trefferpunkte 4200. So, dann rechnen wir jetzt einfach mal. Dann müsste dann... Oh, ich habe es mit meiner Erkältung. Das ist immer noch nicht so weg. Das finde ich ein bisschen kacke. Das müssten dann effektiv theoretisch 190 Sekunden sein. Also drei Minuten würde also mit einem Bogey nie klappen. So, das heißt man bräuchte zwei Bogeys, um Townhold 9 platt zu machen. So und so weiter und so fort. Dass man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt noch eine Minute. Wie viele Bogeys bräuchte ich denn dann ungefähr? So. Das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Jetzt müsste ich ja dann theoretisch durch drei rechnen, wäre ich bei 63 Sekunden. Also das heißt mit einem 6er Bogey, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe, komme ich auf 63. Mit drei 6er Bogeys schafft man es nicht in einer Minute. Da ist man knapp drüber. Und so eine Sache halt, dass man sagt, wie ist das? Das ist denke ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann natürlich so eine andere Sache, was man vielleicht auch ansprechen könnte. Aber klar, für die, die in unserer Liga sind, sage ich jetzt mal relativ uninteressant. Aber für die Anfänger eventuell. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut okay, ich habe zum Beispiel in der CB noch fünf Schweine. Ich habe meinen Gegner aber nur zu 10% geplättet, weil ich es total verhauen habe. Dann kann man sich auch die Schweine, die ich eventuell in der CB habe, sparen. Weil, warum? Die Schweine gehen ja nicht aufs Townhall. Die gehen ja erst auf die Dev-Gebäude. So eine Sache vielleicht, dass man es sich einfach nochmal so ein bisschen im Hinterkopf oder vom Hinterkopf so nach vorne schiebt. Und sagt, ah ja stimmt, da war ja was. Da würde ich euch einfach nochmal drum bitten, eventuell Vorschläge einfach zu schicken. Also, was wäre vielleicht, oder, oder, ja, was sind so Sachen, die vielleicht nochmal angesprochen werden können von einem YouTuber wie mir. Haha. Und das wäre ganz cool. Also da denke ich, ist noch viel Bedarf da. Und den würde ich gerne decken. So, jetzt muss ich erstmal meine Pfeilen reaktivieren. Ich gucke mal gerade. Gucken wir mal hier in den Angriffslog. Hier, guck mal. Also das, ich meine, das war hier mega versemmelt. Das war richtig, richtig, das war tiefen Grund schlecht. Das ging gar nicht. Aber hier wieder über ein Tausender. Also das läuft. Also da kann ich echt nicht meckern. Und eben nicht hier mit Go Wipe oder sowas, dass ich jetzt, wer weiß wie viel Dunkles selber verballern würde. Nein, ganz gechillt. So. Das war's dazu. Ja. Das ist cool. Passt. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.